sag runter da musst du runter sofort ach so ok da muss ich da wieder runter ok sag runter kannst schon runter gehen du lass das ganze signal jetzt jetzt runter runter es geht hier hin aber hier bringt das nicht viel doch wenn man hier den da hinstellt ne ne das sache ist die das der ist die ganze zeit aus der ist die ganze zeit ausgefahren der müsste dann ein fahren aber der ist gar nicht eingefahren noch mal mach ich runter ja du musst dann sofort hier drauf geil warum weil das signal dann hier weiter geht durch den block nicht das geht hier weiter das zieht den pisten hier ein dann geht das signal hier weiter über den geht hier weiter und dann muss man hier drauf wenn du hier drauf gegangen bist geht das signal hier weiter jetzt verstehe ich muss man gucken dass der button aus ist ich weiß nicht was an oder aus das ist das ist das war schon richtig dann muss man hier drauf dann ist hier dann so ja da musst du dann hier drauf dann machen dann ist es ziemlich schon am ende oder dann ist es schon am ende kommt bei runter da drauf runter zu spät bin ich drauf bis zu spät drauf will ich direkt am anfang darauf man sind wir genießen schinitzen schinitzen das ist meine karate kunst ja ich muss bedenken wir müssen ein bisschen nachdenken bei sowas war das das regt ein bisschen aber nur ein bisschen jetzt mache ich jetzt mache ich yoga aber ich weiß dass ich zwar will ich dabei inspiriert und ich weiß auch das ist von der bestimmten map inspiriert und ich weiß auch welcher das ist ein penis penis stadt gay kommt jetzt noch hau penis er macht ja auf mein doofi jahren ich will sprengen du blöd ja ich bring mich was jetzt auch christ rechtzeitig springen musst du jetzt aber so und was muss ich jetzt ach du musst darunter springen dann gleich da siehst du denn da und ach so ja 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 das ist doch un 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 fucking möglich un fucking möglich nix ist un fucking möglich tor roller nein was war da falsch jetzt kommen er lasst mich raus es war schon kaputt warum darf ich jetzt hier nur sein versuch's mal okay versuch mal von da wo du bist einfach gerade aus so weit zu springen okay 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 du hast gar nicht runter gezählt aber vor dir ging die wand weg da musst du spielen okay okay wenn die wand weg geht und nicht so weit doch ich war nur ein bisschen dinge sie geben sie daily 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 lady daily ich hätte nicht so weit gesprochen alter kris alter karl ja bist du ja jetzt springen ich so weit okay das schiedet kai das ist das ist das macht das heck ich glaube ich muss dafür muss doch darunter okay danke ich bin gegen eine wand gesprungen ich muss ich muss überlegen wie ich weiter für ich krieg das irgendwie nicht heiliges auge vom oder bitte bete mich an wo er anders spielte dich an du musst mich führen das geht gar nicht anders da du musst du nicht raus bitte nein ich bleibe hier in meinem bunker kommen wir bitte her okay was ist der penis du stehst ja unten auf dem block ganz unten schließt auf dem block immer da bitte runter von der pressure plate dieser ganz unten auf dem block passiert wenn du du stehst dann musst du da und dann da ist ich verarschen das ist aber ein vierer sprung weil er noch eins nach oben geht ja natürlich wir muss sein instant schaffen wissen ich halte ja ist klar und auch noch auf zeitdruck und dann musst du da musst du dich sofort umdrehen da hoch springen und dann noch im vierer sprung machen später das kann ja toll werden ich bin hier das geht nicht okay alter ich kann man nicht direkt weil schaden bekommen ja du kannst doch strg gedrückt halten ja mach ich ja aber ich krieg der schaden und dann krieg ich in der luft versuchen ja nein jetzt habe ich es der gede gedruckt gehalt ich will es ja aber ich will es schaffen man ich habe jetzt noch bekommen warum habe ich jetzt noch bekommen ich habe jetzt noch bekommen ich habe nichts kaputt gemacht ich habe wirklich nichts kaputt gemacht jetzt eigentlich im stein scheiß wird es die challenge finde ich ehrlich gesagt richtig schlecht ganz ehrlich weil die voll schwer ist ja jetzt haben challenges was soll ich müsste direkt springen eigentlich bin ich noch von der platte gerutscht nur du wichser wenn es in echt wird jetzt geh runter ich bin jetzt von der platte ich will es schaffen bin jetzt von der platte ich muss ganz kurz gucken bevor wir am ende den fehler machen ich muss dann rüber direkt und dann zum alter das ist schon sau schwer bin jetzt runter ich spring nicht ich bin ich bin ich kann nicht Warum springt der jetzt jetzt ich hab nur ich sag bloß ich hab doppel W W gedrückt einfach du hast W W gedrückt W.. W .. W d B W d B W D B W d B W D D w sag doch was ich gehe jetzt runter da mein gespenst ich hab das zurückerschreckt nein nein ich will immer bevorzugt werden ich gehe jetzt runter weil die fotzen huren fotzen scheiße hure schlampe ich bin keine alte jetzt runter weißes loch so richtiges ja du bist auch ein idioter warte warte ich muss mich kosten so jetzt was muss ich jetzt tun siehst du den piller da vor dir den pillermann die hat den pillermann ja aber du siehst nach dem seien die hohen hälfte ja ja wenn der auftaucht musst du direkt drauf springen weil es unter dir dann verschwindet ok 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 aber das ist wieder ein vierer ne ja ist mir schon bewusst ist mir schon bewusst ich gehe jetzt auf die platte ok 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 übrigens der erste ist auch ein pillermann ist es dir aufgefallen ja aber der ist noch verkrüppelt mit einem anderen ist quasi ein dopperpillermann mit zwei hoden ach so hä? ein dopperpillermann mit zwei hoden? ja ja du meinst weil da am anfang noch so ein pillermann ist ja das andere guck der andere ist ein bisschen abstand weißt du ja guck ja sag ich doch guck aber guck dir das mal an das sieht aus wie unsere konstruktion für den alvery das unten ist die kiste und der nächste punkt ist dann der kleine stimmt oh mein gott die haben penises gebaut nein was ist penises? umgedrehte penisse nein sie hat lange hohen und einen kurzen ja dann willst du hinkommen guck 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 sie hat zwei lange hoden und einen kurzen überleg doch mal guck guck zwei lange hoden ein kurzen guck 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 ganzen sind jetzt 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 runter drei Jahre später hey 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 Nein, Cheetah, Hecker, Report!